Willkommen zurück! Willkommen zurück! Juhu! Okay. Frag doch einfach, wer den nie mehr braucht hier. Geh doch nach Hause. Hab vier Diamanten. Bin ich schon. Äh, bin ich schon. Er hat gesagt, ich soll nach Hause gehen. Ah. Mensch, Mensch, Mensch. Mach doch mal was mit Freunden. Nicht immer nur im Zimmer vor deinem PC. Sorry. Also herzlich willkommen beim Let's Play. Ich war schon drei Jahre nicht mehr draußen. Ich höre nen Schleim. Ich hab keine Freunde. Das wissen wir. Kannst du bitte aufhören, das hier zu bereden? Wir wollen das echt nicht hören. Keine Probleme. Ich hab den Fett ab hier. Oh, Mann. So. Ich hab nen Schleim. Boah, kurze Zwischeninfo für die Fans. Ich schwitz wie ne Sau. So, genau, jetzt kann er weitermachen. Vielen Dank für die leckere Info. Mein Inventar ist voll und ich hab nen Schleimball. Nein. Ich krieg schon Art und Not, Alter. Oh, wer plantst ja noch Bäume in meinem Vorgarten. Ich bin's nicht. Mann, 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 Mann. So. Hallo. Der Mikey-Mixen. Ne, Mann. Ach, jetzt weiß er, wer bei mir war. Ja, zu deinem Vorschlag. 5, 6, 7, 8. Äh, ich hab mich verbaut. Hallo, Rudos. Hallo. Kann ich was sagen? Nein. Ja. Bis später ruhig. Ja, bitte. Zu deinem Vorschlag. Kleiner Themenvorschlag. So. Ich werd vorschlagen, ich warte einfach bis nächste Folge. Also bis zur nächsten Aufnahme, nicht nächste Folge. Bis ich meinen guten PC hab, dann kann ich da aufnehmen. Und dann mach ich was mit Wetzlar. Guter Plan. Ja. Bis dahin überlege ich mir was. Ich hab jetzt immer einen Schleimball. Das heißt, ich kann unglaublich viel machen. Ne, ich mein ja, weil du sonst über den Street-Bist. Aber deine Serie machst du trotzdem, oder? Jaja. Okay. Oh Gott. Was ist ja? Ja. Ich helf dir. Jaja. Dankeschön. Wir müssen mal in die Kiste gucken, wie viel Redstone wir haben. Ich hab's gesehen. Deswegen meinte ich ja, dass du was mit Redstone machen kannst, weil da so viel da ist. Hast du noch zwei? Ich hab sogar noch zehn. Perfekt. Geil. So. Mein Haus ist fertig. Meinst ihr wie auch? Also meinst du wirklich fertig? Ach du Scheiße. Da muss noch ein Dach drauf jetzt, sonst sieht's so flach aus. Ist doch drauf. Flachdach. Aber viel zu flach. Aber das ist zu flach. Flachdach. Schaut gut aus. Er will das Haus seinen Witzen anpassen. Da kommt... Aha. Ne, da kommt... Irgendwann in ferner Zukunft noch ein richtiger Turm hoch. In ferner Zukunft? Morgen. Einen Turm könnte ich eigentlich auch bauen irgendwie so. Ach stimmt, wir wollen den Turm bauen? Ups. Ups. Einen Turm bis... Ganz nach oben bauen, wo es so weit wie es nicht mehr geht irgendwie. Ja Annika, wir könnten verbinden quasi. Also von meinem Dach... Deiner Hood. Gut. Sieht zwar scheiße aus, aber... Oh Nikolai. Der Philipp macht sich an deine Freundin ran. Hä? Er hat leider... Was habe ich gesagt? Ja du willst uns verbinden hier. Du willst deine Türme verbinden. Boah. Man müsste auch irgendwo auf den Bergen da oben so einen Turm oder so drauf bauen. Das wäre auch richtig cool. Aber... Hm. Mensch Christian, jetzt hast du verraten, dass Annika meine Freundin ist. Oh mein Gott. Aber gestern schon in... Hey! Oh, Entschuldigung. Der ist sonst halt. Aber gestern schon in Rocket League, hat Annika selbst getan. Ja, aber die Folge haben wir nicht genommen, weil es gedeckt hat. So. Was, die nehmen wir nicht? Ey, wieso nehmen wir dir die Folgen, ey? Immer wenn du aufnimmst. Die hast du aufgenommen. Geld an Philipp. Was hast du für einen schlechten PC? Weil du schon längst gelöscht hast. Ich kann das auch auspiepen, wenns so schlimm ist. Aber eigentlich... Ach quatsch. Bist ja eher für Annika peinlich. Entschuldigung. Ich baue jetzt ein Tür. Entschuldigung die Kleine. Ich redne ihn wieder mit dir. Endlich gell? Zwei fliegen mit einer Klappe. Du Assi. So. Oh shit, verbaut. Wie wolle ich denn das hier machen? Ich muss mal ganz kurz hier raus und hier rein und hier schauen. Wo baue ich meinen Turm denn hin? Hab's genau gehört. Wo baue ich denn meinen Turm hin? Meins ist aus, ja. Mein too. Ähm, das kommt so, 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 so. Okay. Und so, und so, und so, und so. Okay. Boah, ich hab grad voll die geniale Idee. Oh ne. Was, mal ne Idee? Gott, deswegen. Ah, ne grad ne Idee. Gott bewahre. Ich sag's euch einfach nie wieder, wenn ich eine hab. Äh, ist auch besser so. Aber leider kann die nicht in die Tat umgesetzt werden, weil wir haben kein Glas. Dann halt nicht. So. Oh ne, dann halt nicht. Ja. Hallo. Hallo. Was willst du? Ich dachte immer halt alle weg. Natürlich, wir verlassen dich jetzt. Oh Gott, sollt mir auch schon in der Nase. Der Film hat schon angesteckt. Hast du? Ja, sorry. Du hast dir wohl ein Kug, ich hab mich mitgegangen. Oh Gott. Irgendjemand hat disconnected. Ja. Mike. In TeamSpeak oder was? Jupp. Ja. Tschüss Mike. So, Let's Play Minecraft ab jetzt zu dritt. Zu viert. Das kann halt mal passieren. Habe ich's irgendwie netzer? Egal. Oh, Ross, was wär das hier? Was? Was du hier baust? Ich baue einen Turm. Ach so, klein. Ja. Aber bitte nicht aus Cobblestone. Sieht voll scheiße aus. Das ist das einzige, was wir haben. Ja, mach dir doch Brickstone. Ja, Philipp weiß ich Cobblestone. 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 Können wir tennen gehen? Ja, klar. Jo, können wir machen. Ähm. Ja. Ach halt, falsche Tür. Ich mag neben meinem Freund liegen. Ja. Ich mag auch dein Freund liegen. Tschö. Äh, jetzt steht da gerade köstlicher Fisch. Oh Gott. Lecker. So, vorhin muss ich was drücken. Deswegen gerade Standpill. Oh Mann, du kannst doch nicht während der Aufnahme was trinken. Oh, voll der Amateur, ey. Schlimm. Ja, aber echt. Kannst du echt nicht arbeiten. Alla, wer hat mir den Stein geklaut? Ich nicht. Ich habe nur welchen noch reingemacht zur Kabel. Aber du stehst im Weg. So. Also ich mache ihn jetzt aus Stein ziegeln, wenn damit alle glücklich sind. Ihr selber. Ja, sehr gut. Super. Lassen. Also, ich mache gerade welche so im Ofen. So. User entered your channel. Servus. Servus. Hoppala. Ich habe vergessen, meinen Bruder zu füttern, dass er Strom von meinem Laptop erzeugt. Oh mein Gott. Was? Was? Dann tut er ein Laufrad und du musst strampeln. Ja. 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 Ah, ich habe vergessen, die Steckleiste anzumachen. So. So, was? Ja. Immerhin kannst du die Ursache des Problems. Ich fähr schöner jetzt unser Haus. Immerhin habe ich jetzt hier SSD drin und kannst du an deinem Rechner starten. Das stimmt. Nein. Oh mein Philipp. Ja. Mach ich ihn gut da. Ja. Ja. Manche können es. Manche können es nicht. Weiß. Also, der Stein im Ofen gehört jetzt mir. Den habe ich da rein. Also nicht wegnehmen, bitte. Das wäre nett. Danke. Ja. Erstmal wird der Creeper da hier stopfen. Dann stopf dich selber. Ja. Äh, ja. Das fand ich so. So. Aber ich sagst du auch so. Ich muss mir was anderes überlegen. Oh, der nächste Creeper. Also. Also. Damn it. Ach nee. Oh Philipp, was kannst du eigentlich? Sorry. Ich hatte gerade hier repariert und kam der nächste Creeper. Jetzt ist es wieder ein Loch oben. I'll be back. Oh nee. Dauerhaft. Jetzt krieg ich ein bisschen Schiss hier. So. Jetzt wollen wir noch Treppen. 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 Keinerlei Treppen. Treppen. Wie habe ich denn das gemacht? Hier, hier, hier. Nee. Oder doch vielleicht so. Oder so. Ich glaube so. Oder so. Ach nicht so. Ich wollte dich das nicht mehr. Jetzt kannst du jetzt schauen. So, was wollte ich denn? Ach so. Oh. Sag das doch gleich. Ja, nie. Ist klar. Mensch. Ey, wer die ganzen Diamanten raus? Ich war es nicht. Ich hier nicht. In der Kiste waren 23 Diamanten. Jetzt ist keiner mehr da. Vielleicht sind es in einer anderen Kiste. Nein, die waren garantiert da. Ich habe einen in meiner Kiste. Jan Philipp, gib ihn wieder her. Ich war nicht. Nix. Alle waren 23 Diamanten. Ich habe nichts gemacht. Ich habe noch gar keine Diamanten. Warte. Da wollte ich mich doch verarschen. Ich habe auch keine in meiner Kiste. Also. Mike, bist du noch da? Ich bin da, aber ich habe keine Diamanten, weil ich brauche keine. Alle, ihr wollt mich doch verarschen. Du kannst doch mal in allen Kisten, in allen Häusern nach Hause. Ja, such doch mal weiter. Wozu soll ich nachsuchen, wenn ich weiß, wo sie sein müssten? Alter, wir hatten 23 Diamanten, die sind jetzt weg. Oh man. Ja. Also, ich habe damit nichts gemacht. Also. Ja, ich auch natürlich. Christian, jetzt rück sie wieder raus. Nee, kannst du in der Aufnahme schauen, dass ich sie nicht habe. Echt doch, ich suche jetzt mal alles. Nee. Also, hier ist einer. Ja. Ja, sag ich doch, ich habe einen. Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist in Ordnung. Zuhörer. Oh, das ist warm. Hier höre ich nicht. Alle haben früher da kein Teil mehr gestellt. Scheiße. So. So. Ich gehe jetzt mal in Philipp suchen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich hier weiter bauen soll. Ja, Mann. Ich richte hier gerade. Mit oder ohne TNT? Professionell ein. Aber ich kann da auch nicht mehr sagen, oder? Bei dir? Ich rede zu schnell. Ja, gut. Also mein Hausern. Ja, genau. War noch ein bisschen. Es dauert ja nicht mehr lange. Okay. Bitte was? Nee, geh. Ich rede zu schnell. Ähm. Okay. Jetzt brauche ich Holz. Mann. Ich glaub dir, wofür ich stundenlang in der Höhle war. Ich bin mir gleich mal die weinerliche Stimme. Ja, aber das stimmt eigentlich. Ja, aber das stimmt eigentlich. Trauriges. Das kann doch nicht sein, dass 23 Diamanten einfach weg sind. Das stimmt. Das kann eigentlich nichts sein. Herr, ging da mal ein Creeper hoch, dass ihm eine Kiste kaputt ging. Nein, die Kiste ist doch noch da. Es fehlen nur die Diamanten aus der Kiste. Aber hier muss es ja sein. Eigentlich schon. Die sind aber nicht da. Die waren hier in der Erzkiste drin. Ja, das stimmt. Hab ich doch noch gesehen vorhin. Also, dann muss sie irgendjemand genommen haben. Das ist merkwürdig. Oh, das steht doch nicht im Weg. Ich will meinen Stein holen. Überlaufen alle im Weg. Auf mir die Steine wegzuklauen, das sind meine. Ich stehe hier die ganze Zeit und immer wenn ich... Ach, Stein wollte ich holen. Ich habe auch 5 Stacks in die Ofen gemacht. Ja, aber du holst aus jedem... Ja, der will ich nicht. Ehe Streit. Du 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 du. Ich kriegst ein Haus, die ganz gut aus bisher. Ich habe mir vor einer halben Stunde 3 Stacks Steine reingemacht. Und ich habe inzwischen 7.1 von Nikolai. Wer hat mein Haus geflutet? Muss ich rauszoomen. Dingsbums. Ich war es nicht. Also meine, mein Anfangsturm. Da war Wasser drin. Also alles. Wahrscheinlich selber. Wahrscheinlich Mike. Der sagt nix. Der Mike. Stimmt sowas. Der Schweigsame. Das stimmt. Halb die Fresse. Ich habe mir spontan Lust auf unser Ursprungshaus ein Eimer Lava obendrauf zu schütten. Ja eh nicht. Dann brennen auch unten die Kisten ab mit den Wertsachen drin. Muss ich jetzt jeden von euch töten oder rückt ihr die Diamanten raus? Ich habe die nicht. Ja ich habe sie auch nicht. Da würde ich gerne töten. Ne also eigentlich gar nicht aber ich habe sie nicht. Halt erstmal essen bevor ich getötet werde. Ähm. So jetzt hat sich mein Spiel schön aufgehängt. Ja ich meine. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Hey. Jei. Ey beziehungsweise mein Rechner komplett. Gut. Wiedersehen Annika. Ich muss das kurz mal nachgucken. Sag mal bitte was. Hallo. du hast mich gerade ein bisschen gebrummt nicht gestimmt also ich muss jetzt leider meinen pc noch mal neu starten weil er hat sich aufgehängt du wird aber ich telefonier ja was handy das heißt ich meine unterhaltung dabei ja stimmt ist das nicht schön super einig ein kleiner bude ist aber christian christian mein neuer name johann friedrich friedberg macht die frage wie okay draußen wirklich ja in welcher bude denn überhaupt ich wollte nicht ja er ist ungefähr fünf blöcke hoch oder schon einmal wasser und einmal lavatoren als warnung als warnung heute frieden als warnung aber dann gut sieht echt gut aus bislang also gefällt mir also wird auch sehr gut aussehen aber ich weiß nicht wie ich heute gemacht habe und ich erkenne es jetzt nicht wenn ich in die Map reingehen die andere das war so wird die zeit überbrücken in die nächste folge und ab voll defekt ich meine kannst du meine wohnung zeigen wohnung da meine eigentlich ein mensch sehen kann aber ich genommen als stoff bleibt nur ein du musst klingeln ok heute das mit klingeln nein haben wir nicht nicht mehr aber dann haben wir klingeln 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 treib lieber die diamant und oben warst du jetzt hier mit den drucken einzurichten aber es sieht noch ein bisschen komisch aus ach mensch so nö also ja wunderschön wunderschön ausblick auf unser geiles haus ja warte mal alter schön scheiße das aussieht ich habe die zweite minecraft folge einfach mal genannt das schönste haus der welt gewinnt mit unserem haus ich hallo mike wiedersehen wo ist chris und jeder jede folge wird es schöner das haus aber ich leugnen ja christian hast du und wieder was abgebaut nicht abgebaut hm hingebaut der gesprengt hause ja du bist du hast du das mein freund ich nehme die erze raus und mache sie in die hauptkiste eh glaube man mein zeug ist ja so und dabei suche ich nach den diamanten ich habe sie nicht ja aber kann ja auch sein dass sie jemand rausgenommen hat und dir untergejubelt hat je nö ja ja sags jetzt wo die diamanten sind oder ich zünde dein haus an ich hab die nicht ich hab sie echt ich schwöre ich schwöre auf alles ja du sollst nicht sagen dass du sie nicht hast sondern wo sie sind was du sollst nicht sagen dass du sie nicht hast sondern wo sie sind ich weiß nicht wo sie sind ich habe die noch nie gesehen ja 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 ich schwöre ich schwöre wirklich lügen haben kurze beine christian du freust dich so weißt du es sind weißt du etwa wo sie sind ich weiß wer weiß wo sie sind also ja dann dann sagt mir wer weiß wo sie sind edward snowden ernsthaft weiß wirklich wer weiß vielleicht weiß ich ja wer weiß wer ganz ehrlich sind fünf leute auf dem server irgendjemand wird ja die diamanten haben ich hatte nicht das skelett in diamanten ich weiß auch nicht wo sie sind und sie können ich weiß es die gleich alle verdächtig vielleicht hast du sie ja selber irgendwo versteckt der ich mal alles ja voller keine trolle ich töt dich bis ich hab deine scheiß jemanden ich hab die nicht liegen da das mein zeug liegen obwohl wir nichts einsammeln das heißt du hast du christian ich hab sie nicht ich hab sie ehrlich ich hab sie nicht guck dir das letzte play an okay dann sag mir jetzt wer weiß wo sie sind ich bin ja dann wäre ich voll der whistleblower hier ist ja voll schlimm okay dann dann schreib ich schnell dass es niemand lesen kann dann kann man nie nachweisen okay im video kann man es nachweisen maik hat sie ja ja alter maik glaube ich denn nicht so richtig in jemand des hintern in deinem er oder christian renne ich von der spinne weg ach in meinem hintern ich muss mal kurz aufs klo mal diamanten ausscheißen na lecker so voll die ponzen Leute das ist nicht witzig rück die diamanten raus 20 millionen ausgeschissen ich würde sagen mit diesem niveau und da Annika jetzt wieder kommt verabschieden wir uns die diamanten sind weg alter auf dieser folge minecraft gut gelaunt dann nennen wir die folge schon gell Nicolai aha und wir sehen uns auf der anderen seite oder einfach bei der nächsten folge tschüss tschüss